Nein, ich fange nicht die Chaniera an, auch wenn die viel XP bringen, weil ich ja, ähm, Shiny Nidoran handel. Und wenn ich mir, wenn ich jetzt Chaniera anfange, mache ich mir meine Nidoran-Kette kaputt. Ich auch nicht, das nervt, das ist überall. Früher hast du dich totgesucht danach und jetzt... Oh nein, Shiny Nidoran! Ah, ich hab's! Doch! Oh, wie geil! Oh mein Gott, ich hab's! Ich muss es nur fangen. Wolltest du? Wolltest du? Ja, dann hast du viel, viel weniger gebraucht. Ja, ich hab's gefangen! Ja, du musst es aber auch noch fangen. Ich hab's gefangen! Ja, Mann! Geil! Ich hab da über drei Tage lang gesucht dafür. Ich hab gestern angefangen mit Suchen. Und das ist jetzt die Fang-Serie. Ich hab 26 gefangen, ne? Von 100... Also ich hab 149 nie noch angefangen. Oh, wie geil ist das denn! Danke, Käpt'n! Oh, wie geil! Oh, wie geil! Jetzt werd ich wahrscheinlich was weiblicher handen. Erstmal gucken, wie die Werte von dem sind. Zack! Kannst du mit den Bonbons ganz gut pushen? Ja. Gebe ich dir so als Tipp. Und also, als noch Tipp, du brauchst dir gar 200 Bonbons. Also, das ist das Maximum. Ja, mehr kannst du dem auch nicht geben. Und das ist hier ein Soko Warframe. Ja, Punky, wie ist ein Warframe auf der Konsole? Also, ich hab das letztes Jahr auf dem PC gespielt mit der Nibahn. Aber ich hab mein Konto gelegt. So, mein Shiny Nidoran. Oh mein Gott, ich muss das screenen. Warte mal. Jetzt...